Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, heute zeige ich euch ein Bild, ob wir auf die Skala anfügen können und ob wir im Hintergrund haben können. Also wir hatten verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Bild anfügen können. Wir können zum Beispiel ein Bild aus unserer Datei einfach anfügen oder wir können einfach aus der Galerie. Ich zeige euch einfach die zweite Möglichkeit erstmal und dann können wir euch die zweite. Ich zeige euch erstmal die Galerie, wie Sie zum Beispiel Hintergründe, zum Beispiel Hintergründe, zum Beispiel anfügen können. Also wir haben zum Beispiel Hintergründe sind da, wie Sie schon sehen. Und wir haben verschiedene Sachen hier, die wir einfach anfügen können als Hintergrund. Und von daher, hier du beklicken einfach drauf. Zum Beispiel das hier wollen wir haben und Sie sehen schon, es sieht auch sehr schön aus. Und von daher, hier können wir zum Beispiel, ja, einfach nehmen als unsere Hintergrund, ja, Farbe. Also das war hier. Und wir können zum Beispiel hinter hinzufügen. Und von daher, hier nehme ich Kopie, Verknüpfung. Und dann können Sie einfach hier als Hintergrund benutzen, indem Sie zum Beispiel einfach erweitern, wie Sie wollen. Und von daher, hier können Sie einfach so machen. Und natürlich bleibt es als Hintergrund. Und Sie können zum Beispiel hier nochmal drücken, Hintergrund, um zu sagen, es sollte Hintergrund bleiben. Und sofort sind die Sachen Hintergrund. Sie können zum Beispiel die Sachen angeben, wie Sie wollen, zum Beispiel Top, können Sie sich zum Beispiel schreiben. Und Sie können andere Sachen zum Beispiel selber schreiben. Aber das B bleibt einfach im Hintergrund, wie ich euch gesagt habe. Und von daher, hier Daten und auf der zweiten Spalte können Sie zum Beispiel auch alles schreiben. Das B bleibt einfach im Hintergrund. Also, und auf der, wir sind momentan auf unserer Tabelle 3 und ich zeige euch, wie Sie einfach ein Bild auch, eben aus Ihrem Datei, Ihre Datei einfach so holen können und auch als Hintergrund anfügen können. Das geht genauso. Also, ich muss da jetzt mal das hier löschen, also ausschneiden. Und dann kann ich euch nochmal zeigen, wie Sie zum Beispiel, wir holen zum Beispiel ein Bild, anfügen, ups, nein, anfügen. Und zwar aus unserer Datei hier holen wir ein Bild, aus unserer Datei hier, dann klicken wir einfach drauf, dann gucken wir einfach, was ich an Bild hier einfach anfügen, holen wir einfach schöne Bilder, dann klicken wir einfach das Bild zum Beispiel, holen wir das Bild zum Beispiel, holen wir das Bild zum Beispiel. Und von daher, haben Sie die Möglichkeit, dieses Bild einfach zu skalieren und dann zeige ich euch, wie Sie einfach machen können. Das Bild ist so einfach da. Und Sie können einfach hier gehen und dann sagen Sie, das Bild zuschneiden und dann haben das Bild schon da. Sie können zum Beispiel, wenn Sie steigen, das Bild einfach die Bildgröße beibehalten oder Sie sagen, Skalierung beibehalten. Denn aber für mich ist so, ich will immer Bildgröße beibehalten, damit ich anfange, das Bild haben kann, wie es einfach war. Und hier können wir zum Beispiel skalieren, es ist nicht so viel. Und Sie sehen schon, das ist unsere Markierung hier, auf der linken Seite und auf der rechten Seite können wir eine Markierung machen. Sie sehen diese Linie hier, das ist unsere Markierung und oben können wir auch das Bild markieren. Und Sie sehen schon, wir haben diese Markierung da und unten haben wir auch die Markierung nicht so viel. Also nicht so viel, wir lassen nochmal ein bisschen Platz. Und Sie sehen schon, wir haben das Rechteck hier und wir haben das Bild markiert. Und hier können Sie einfach skalieren. Sie sehen, momentan die Breite ist rund 15% und die Höhe ist einfach 100%. Wir können sagen, wir wollen einfach die Breite nochmal verkleiden, zum Beispiel 80% und die Höhe wollen wir zum Beispiel noch so hoch. Auch 85% und 80% würden wir haben. Und dann sofort sehen Sie schon, es hat sich geändert und man kann schon richtig sehen. Oder Sie sagen, Sie markieren einfach das Bild und dann verschieben Sie einfach und dann gucken Sie, wo solche Ecken sind, mit diesen grünen Markierungen sehen. Dann können Sie einfach da auch, ja zum Beispiel hier, Sie können zum Beispiel das Bild richtig nochmal verkleiden, wie Sie wollen nochmal ziehen. Und sofort können Sie einfach das Bild richtig ziehen. Und wenn Sie das Bild zum Beispiel als Hintergrund benutzen wollen, dann drücken Sie einfach hier oben und sofort sehen Sie, das Bild ist im Hintergrund. Aber bevor das Bild im Hintergrund geht, dann hätten Sie auch die Möglichkeit gehabt, das Bild zu bearbeiten. Zum Beispiel, richtig die Helligkeit oder abzudunkeln oder irgendetwas, die Farbe zu ändern. Und ich zeige euch in dem nächsten Video, dann können Sie einfach Ihre Daten hier angeben und schreiben Sie einfach, wie Sie wollen. Und in dem nächsten Video zeige ich euch einfach, wie es weitergeht. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben. Und von daher freue ich mich einfach, das nächste Video wieder mit euch zu teilen.